Moin 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 Willkommen zu einem Video nach 200 Jahren gefühlt zumindest nach all den Streams mal wieder ein Video heute gibt es eine neue Serie ob man das so nennen kann keine Ahnung zumindest diese Serie wird heißen it's challenge time ich werde alle Challenges machen die ihr mir vorschlägt und heute machen wir die erste Challenge und zwar die Farbe Umkehr Challenge das sieht bisschen crazy aus gerade mit dem werden wir heute ein veräußern gerufen spielen spielen und einmal Kampagne spielen also das sieht bisschen crazy aus hier ne egal ich würde mal sagen wir standen rein let's go and let's do this oh Gott das sieht einfach nur ein bisschen zu crazy aus ne was ist crazy ne ungewohnt oh Gott ich sehe schon sein Team so annähernd kann was werden Legende 2 ja ok ich muss sagen ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt ich werde wahrscheinlich alle Highlights zeigen und dann würde ich mal sagen bis zum nächsten Highlight grüß man grüß man grüß man mit dem schuss elli komm rainbow über quadrado komm zieh mal ab ahhh ja elli wieder am Ball elli über vidal elli über tiago silva und elli elli macht ihr nicht rein lenz unser neuer spieler lenz 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 hat Ball nochmal am Ball und er macht das Ding guerdes 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 komm der zieht einfach mal drauf Latte oh das ist mies guerdes nochmal am Schuss 4 2 und elli überbrannt über vidal mit dem Schuss und mit dem Tor bei dessen macht der Gegner drei Tore wenn ich mit elli 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 dann macht weiter ein Tor komm und elli komm sweaty auf Griezmann der macht ihn auch kein easy komm diesmal werden wir schaffen ein rainbow über Keeper ja ok nicht ganz aber auch schnell war schade ja hier ist jetzt der entstand wir gar nicht mehr laden würde ich mal sagen ja fläche 7 3 ja ich würde mal sagen wir gehen direkt zum Kampagnen Spiel über aber bevor wir das machen öffnen wir ein paar Skillboosts ach shit für die Skillboosts so sieht crazy aus ok oft wieder ruhig überhaupt crazy eh egal sonst wir sehen uns dann jetzt im Kampagnen Spiel bis dann bis dann bis dann bis dann ja bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal. 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 ... 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